Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, viele fragen sich, was ist das für ein Spaten in der Neujahrsansprache? Ich bin Ihr neuer Bundeskanzler. Ich weiß, mir zuhören, das ist oft anstrengend. Bitte nehmen Sie mich denn noch ernst. Wieder einmal ist ein scheiß Corona-Jahr zu Ende. Ich bin zuversichtlich. Auch die nächsten Tage und Wochen und Monate und Jahre werden noch ganz im Zeichen von Corona stehen. Denn wir haben alles, was es dafür braucht. Einige selbsternannte Expertinnen und Experten tun alles, aber auch wirklich alles dafür. Dass Omikron weiter gut vorankommt. Ich verspreche Ihnen nur noch 12 bis 25 Mal boostern, dann ist die Pandemie sicher vorbei. Klar ist, eine ordentliche Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger ist eine Frage des Respekts. Das Gegenteil ist richtig. Mehr Respekt und Anerkennung wird es nicht geben. Deshalb arbeiten wir auch weiter daran, unsere Krankenhäuser zusätzlich zu belasten und Pflegearbeitsplätze abzuschaffen. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen einen Termin bei einem Impfzentrum. Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona-Corona- Vielen Dank.